herzlich willkommen zu diesem video du gehörst vielleicht auch zu der zielgruppe der geplagten die vielleicht nur noch einen ds light anschluss haben was grundsätzlich gar nicht schlecht ist aber für uns technik begeisterte bastler ist halt eine ds light verbindung ja nicht immer die generell schönste lösung wenn wir halt zum beispiel auf dienste bei uns zu hause hier zugreifen wollen denn wir haben einfach keine eigene ipv4 adresse mehr und vielleicht nur noch eine ipv6 adresse mit einem sich wechselnden präfix und so weiter das heißt ein zugriff auf zu hause ist einfach ganz schwierig weil wir haben teilen wenn wir unterwegs sind auch in anderen ländern oder gegebenenheiten und verschiedenen netzen haben wir das problem dass wir vielleicht nur eine ipv6 adresse haben oder vielleicht sogar nur eine ipv4 adresse und schon haben wir das problem wir können einfach gar nicht mehr auf uns zugreifen wenn wir halt eben nicht ja dasselbe netz bedienen also auch dann wenn wir jetzt sagen alles klar wir nutzen halt ausschließlich ipv6 merken wir gerade eben wenn wir irgendwo unterwegs sind wir haben vielleicht nur eine ipv4 verbindung und schon können wir wieder nicht auf uns zugreifen ich habe mir einfach mal eine kleine lösung ausgedacht die jetzt wirklich theoretisch jetzt hier hardcore für euch kommt und da werden wir uns jetzt nach und nach durcharbeiten sieht jetzt viel und kompliziert aus aber ich möchte gerne mit euch das hier in der theorie durchgehen und ich habe euch sogar genau die erklärung ich scroll mal kurz runter auch noch mal aufgeschrieben was genau wie hier tun nicht erschrecken es sind wirklich nur vier kleine zeilen auf einem server aber fangen wir erst mal mit dem großen zielbild an was wollen wir eigentlich rechte seite von dem ganzen bild ihr seht das ist deine internetverbindung ipv6 habe ich mal so gelb gemacht ja kann sein kann man sich darüber verbinden ist vielleicht auch ein wechselnder präfix ipv4 ds light keine chance die ipv4 adresse wird halt eben bei deinem provider genattet du kannst nicht auf dich zugreifen sache erledigt das heißt hier bei einer normalen verbindung wäre es halt nicht möglich eine ipv6 verbindung zu dir aufzubauen und dann halt eben dein dienst hier unten irgendwie zu erreichen aber wir haben ja gerade gesagt gehabt du brauchst du schon wieder in irgendeinem vpn sein in irgendeinem netzwerk wo es halt nur ipv4 verbindungen gibt und schon kannst du dich einfach nicht mehr erreichen die lösung lautet halt eben einfach also es gibt keine andere lösung das halt eben irgendwo anders drum herum zu tun und wie gesagt das ist jetzt halt einfach eine lösung über einen weiergarten was machen wir also wir organisieren uns keine ahnung ein euro vps bei ionos bei ovh ich habe es jetzt wie immer alles bei hetzen halt eben stehen da kostet mich die karre glaube ich drei euro aber ich habe halt eben eine ipv6 und eine feste ipv4 ip adresse und die kann ich mir halt einfach zu nutzen machen nicht von wundern rot ist immer hier in diesem beispiel ipv6 grün ist in diesem beispiel immer ipv4 also mein cloud server hier ich habe natürlich schon offen kommt halt eben mit einer ip-adresse v6 und v4 ganz normal klar und ich kann die von außen egal wo ich bin diese beiden ip adressen ganz normal erreichen das heißt ich habe jetzt schon mal ein eingangspunkt wo ich halt eben ja mich daran anknüpfen kann wenn ich von außen außen ist immer das internet gesehen ja eben eine verbindung aufbauen will jetzt müssen wir diesem cloud server natürlich erst mal sagen alles klar diese ganzen datenpakete sollen halt eben zu mir nach hause kommen was nutzt man dafür einfach einen ganz normalen vpn tunnel was kann ich im momentan nur machen und deswegen steht es ja auch als fett und unterstrichen das ist ein vpn ipv6 tunnel das heißt wir bauen wird sich jetzt auch wieder kompliziert dann ist es aber gar nicht wir bauen einen ganz normalen wire guard vpn tunnel von meinem router zu meinem cloud server auf ganz normale vpn verbindung war ja gerade über ipv6 aber in dem tunnel deswegen ist der tunnel rot ipv6 in dem tunnel ist ein grüner pfeil sprechen wir einfach ipv4 und da sprechen wir wirklich ganz normal 10.0.0.1 und 10.0.0.2 das seht ihr auch gleich unten nochmal mit den ip adressen das heißt im tunnel sprechen wir einfach ipv4 und leiten alle anfragen die wie wir wollen in meinem fall jetzt ein einzelner port dazu kommen wir aber gleich leiten wir einfach durch den tunnel durch zu meinem ziel in dem fall jetzt ja einfach in der pf sense und können dann den dienst erreichen jetzt noch mal in der schnell zusammenfassung wir haben also unseren cloud server der eine feste ipv4 adresse hat der eine feste ipv6 adresse hat die wir von außen jederzeit egal wo wir sind halt eben erreichen können dieser server hat eine immer bestehende vpn verbindung welche über ipv6 läuft das heißt die nehmen wir auch uns einfach hier zunutze das heißt unser router hier baut einfach eine vpn verbindung über ipv6 kann er auch über ipv4 machen ist scheißegal wir nutzen jetzt einfach mal das v6 thema um halt eben diese vpn verbindung aufzubauen und durch diesen tunnel schieben wir lediglich ipv4 verbindung können wir auch natürlich ipv6 durchschieben aber jetzt für dieses beispiel ist das halt einfach so so und jetzt kommen wir zu dem part wo das ganze halt im magic wird ich zeige euch das natürlich gleich alles in dem system aber jetzt erstmal die theorie die ist nämlich wichtig zu verstehen also wir kommen ganz normal aus dem internet wir haben ipv4 und ipv6 als möglichkeit und landen auf dem ethernet port et h 0 auf unserem server deswegen hier wieder dieses server oder cloud server symbol wie auch immer und dann geht das jetzt hier schon los dass wir hier oben sagen pre routing destination port 3000 auf mein ziel 77 1 was da unten ist das heißt also wenn hier oben eine anfrage ankommt auf meinem server auf dem interface port et h 0 dann sagt mein server sofort erst mal jo alles klar port 3000 sagt mir was dieser port 3000 denn da lausche ich drauf und soll diese ganze scheiße in richtung ip-adresse 19 1968 77 1 halt eben weiterleiten macht er auch und dann kommt jetzt hier so genannt eine forward except forward regeln in ip tables besagen eigentlich nichts anderes das pakete zwischen zwei interfaces ganz normal forward werden dürfen also deswegen habe ich das extra mal hier so hingeschrieben forward except mit einem pfeil von da oben und hier oben auch natürlich der rückweg nachher forward except von wg 0 nach et h 0 wie gesagt da auch noch mal ich zeige euch jetzt gleich die regeln sondern sind wir hier unten mit dem datenpaket angekommen auf wg 0 wir haben hier oben gesagt pre routing es wurde forward except und dann hier unten gibt es ein ganz normales pre routing und dann kommt eine masquerade das ist auch noch mal so ein bisschen magic alle pakete die jetzt runtergeleitet werden hier zu meiner pf sense ich empfehle euch ja sowieso immer hier diese kleinen mini firewalls und sowas schicke ich euch einen link hier unten rein nimmt jetzt dieses paket an aber mit der ip-adresse vom masquerade von dem tunnel also von der 1002 das ist auch wieder nur eine einzige code zeile also dieses datenpaket wird umgemodelt das jetzt im ip header drin steht der absender ist nicht mehr irgendeine ip-adresse aus dem internet sondern halt eben die 1002 mein tunnelnetzwerk und damit kommt dieses paket hier unten an diesem router an damit kann der router auch wieder was anfangen und sagt alles klar hier ich schicke dich zu meinem ziel und er sendet dann die daten wieder zurück und genau da kommen wir dann jetzt aus die daten ihr wisst immer ein antwortpaket ihr sendet irgendwas ein antwortpaket muss wieder zurückkommen und genau das passiert nämlich jetzt hier auch das paket fließt wieder zurück euer post routing mit masquerade sagt ja die verbindung kenne ich die verbindung schicke ich jetzt wieder ganz normal zurück forward accept geht hier außenrum wieder zum eth0 paket und damit wieder ganz normal in richtung internet weil er kennt dieses ganze destination und damit haben wir wirklich jetzt den kompletten weg wie das datenpaket halt eben fließt über euren server über eure pf sense ganz normal erklärt und das ganze mit vier kleinen einzelnen regeln die wir einfach in unserer vpn verbindung auf unserem server ganz normal einrichten müssen und was und wie wieder einrichten müssen das zeige ich euch jetzt also hier ist ganz normal neben ihr recht steht hier meine pf sense die steht hier temporär das genauso eine kiste wie hier so eine kiste das heißt die hat hier wirklich nur einen weißen warnanschluss hier das schwarze kabel ist quasi mein pc der jetzt einfach dahinter hängt und dieses weiße kabel ist wirklich eine ganz normale dsl verbindung worüber die kiste einfach internet aufbaut auch das gucken wir uns jetzt an da seht ihr hier es gibt hier unten ein sehr klein ich mache es mal größer es gibt einen warnport da ist jetzt hier eine internetverbindung und da ist auch eine ipv6 verbindung und hier liegt sonst nichts drauf einfach nur die ip-adresse 771 sowie euch das gerade eben gezeigt habe mehr ist hier nicht eingerichtet wir gehen jetzt einfach mal zu unserem vpn ins wire guard rein und da seht ihr es ist eine ganz normale wire guard verbindung aufgebaut und hier steht auch der endpoint das ist die ip-adresse 565 doppelpunkt doppelpunkt 1 auf dem port 51 820 machen wir mal kurze gegen kontrolle 56 51 was haben wir hier 56 51 ist ganz normal mein server das heißt wir bauen wirklich den vpn tunnel über ipv6 auf sprechen aber dann jetzt gleich nur v4 in dem tunnel wieder zurück zur pf sense das heißt wir haben die verbindung hier aufgebaut haben hier ganz normalen pier drin und den schauen wir uns auch einmal an ich habe es mir nämlich hier einfach einfach gemacht ich gehe nämlich hier unten in dem tunnel hin und sagt einfach kommt ist erstmal egal du darfst durch diesen tunnel einfach alles durch schicken wie gesagt einfach security mäßig würde man jetzt nur angeben nur dies und jenes baut man halt eben auf ich habe jetzt einfach mal gesagt 0 0 0 0 0 der einfach halber und damit sind wir natürlich auf der seite ganz normal fertig ich weiß eine einrichtung gehört noch mehr zu ihr müsst noch das interface machen wenn ihr das genau als step for step anleitung haben wollt kann ich gerne nochmal ein video machen aber ihr könnt euch da auch durchkämpfen und die anderen videos von mir schauen es geht hier um die lösung das heißt also die verbindung steht ganz normal die verbindung ist da und jetzt wechseln wir einfach auf den cloud server auf dem cloud server schauen wir uns nämlich jetzt einfach erstmal die konfiguration an und das ist natürlich the magic bei der ganzen sache da gehen wir einfach mal in die wg 0 konfigur und ihr seht es sind eigentlich nur die vier zeilen fangen wir oben an also die adresse 10 0 2 bekommt euch komplett irgendwie bekannt vor das ist ja die ip-adresse die auf dem server an dem tunnel interface wg 0 hängt und hier sind die vier magic zeilen worum es geht halt eben irgendetwas weiter zu leiden also noch mal post up ip tables forward eth 0 also incoming interface eth 0 outgoing interface wg 0 except das ist im endeffekt diese regel hier die beschreibt im hintergrund diesen schwarzen file hier auf der seite hier diesen schwarzen fall von eth nach wg 0 datenpakete dürfen fließen alles klar check ist erlaubt gehen wir nächste zeile das ist hier vorwort von wg 0 nach eth das ist dieser fall ist man einfach nur erlaubt die paar datenpakete wuchs nach da oben zu kopieren nächste zeile pre routing das ist so ein bisschen die magic zeile die müsste natürlich für euch so ein bisschen anpassen welchen port ihr wohin weiterleiten wollt und so weiter in meinem fall beispiel ist es jetzt hier einfach eine tcp verbindung zum destination port 3000 auf die destination ip 77 1 das könnte natürlich variieren ihr könnt mehrere reports ihr könnt und viele ports ihr könnt die u dp ports das kann man halt eben variieren ihr könnt ja auch einfach weitere regeln hinzufügen da müsst ihr einfach mal ein bisschen mit spielen ist aber alles kein problem wichtig hier oben ist natürlich das incoming interface eth 0 wo kommt denn das datenpaket rein das kommt von außen vom internet auf meine eth interface ganz normal rein auch da wieder ganz wichtig ihr seht ja aktuell das wird hier nicht differenziert ob ipv4 oder ipv6 das ist ja der vorteil von dieser lösung ihr könnt ja von außen per v4 oder per oder und wie auch immer ganz normal reinkommen im hintergrund wird das ganze sowieso auf ipv4 weggeleitet und kommt halt eben ganz normal zu eurem ziel an das von außen scheiß egal ob ihr von v6 oder von v4 kommt sondern die letzte regel ganz normal post routing also das nachgelagerte routing besagt einfach nur bitte noch ein mass ein mach eine maskierung auf mein wg 0 interface das heißt alle datenpakete werden erstmal im ip header umgeleitet als source auf die 1002 so dass unser zielrouter nachher weiß alles klar die datenpakete kommen von der 1002 und nicht von irgendeiner ip-adresse aus dem internet das ist einfach nur das maskerieren des datenpakets und das war's das heißt also ich habe die vier regeln jetzt hier noch mal eingetragen als pause down also wenn ihr wenn das ganze mal wieder offline genommen wird damit die ip tables regeln wieder ganz normal gelöscht werden und hier im unteren bereich ist einfach nur gesagt alles klar du darfst halt eben diese netze darüber sprechen denn bei linux ist dann nämlich so würde ich nämlich jetzt hier 0 0 0 0 0 eintragen würde er kommt den kompletten datenverkehr jetzt über diesen wg tunnel schieben will ich nicht so und final schauen uns das ganz natürlich jetzt einmal an wir gucken einmal in den tunnel rein ihr seht jetzt der tunnel ist aufgebaut wir haben hier ein paar mb die auch schon mal geflossen sind der tunnel läuft über ganz normal ipv6 das können wir auch noch mal kurz gegen kontrollieren wir haben ja eine fe 65 3b 09 wenn wir jetzt wieder auf die pf sense wechseln gehen wir auf die startseite fe 65 3b 09 ist hier ganz normal angehakt das heißt der vpn tunnel läuft über v6 und wenn ich jetzt hier hingehe und sagt einfach mal ping 1921 68 77 1 komme ich ganz normal jetzt wups bis hier auf die kiste die hier neben mir steht ganz normal drauf ihr seht auch ungefähr 17 millisekunden das heißt wir können schon mal vom server jetzt auch diese kiste hier ganz normal kommunizieren abschließend würde ich sagen kommen wir jetzt zum ganz ganz großen bing bong das heißt ich hole mir jetzt hier einfach mal meine ipv4 ip-adresse von meinem server raus gehe hier in meinem browser tragt die ein sachport 3000 und was seht ihr die pf sense also das gerät was ich hier erreichen will was hier quer durch den tunnel geht auch da noch mal das können wir vielleicht als kleinen beweis einfach mal liefern schaut mal hier das ist jetzt ein einfaches tcp damit der zeigt mir alle meine datenpakete an die auf meinem tunnel interface jetzt hier hin und her fließen und ich drücke jetzt hier einfach mal im hintergrund einfach mal auf aktualisieren und schwupp da seht ihr schon es kommen hier datenpakete wenn ich hier halt eben was aktualisieren das heißt von außen kommen diese ganzen daten und ihr seht hier auch dieses maskerieren hier von der 1002 richtung 77 1 das ist ganz normal dieses masquerade hätte ich das nicht würde hier vorne meine öffentliche ip-adresse stehen und schon hätte ich halt eben ein fehlgeleitetes routing denn würde da jetzt an der stelle meine öffentliche ip-adresse stehen würde das datenpaket zwar hier noch ankommen nachher aber mein router hier meine pf sense würde sagen wups raus ins normale internet und nicht in richtung vpn tunnel sondern ganz normal raus ins internet und schon würde die kommunikation nicht funktionieren vielleicht ein paar abschließende worte dazu wie gesagt das hier ist einfach eine lösung die man machen könnte das ist wirklich einmal der einfachsten lösungen aus meiner sicht spricht auch nichts gegen man hat ja trotzdem immer noch die hetzen auf firewall die man einfach davor hängen kann und hat man alle anderen ports irgendwie zu man muss sich sowieso generell immer schützen wenn ihr irgendwelche dienste haus den geht bitte hin und hause die immer so dass zumindest die passwort geschützt sind ansonsten muss ich sagen ist das zumindest eine lösung um sich wirklich ipv4 und ipv6 offen zu halten um halt eben seine eigenen dienste auf irgendeinem endgerät hat eben zu erreichen und wie gesagt das ist ja jetzt nur die lösung gewesen dass ich auch meine pf sense zugreifen aber ihr könnt natürlich auf alle geräte die hier hinterhängen an eurem netzwerk ganz normal dann zugreifen denn das erledigt ja wirklich ganz einfach das routing auf der pf sense mit der maskerierung im ganz normalen vpn tun ich werde natürlich diese ganze zeichnung diese ganze konfiguration noch mal auf meinen blog posten ich hoffe dass ich das hier unten schon dann mit ins video reinschmeiße und ja baut es nach und ansonsten wenn fragen sind ab in die kommentare ich würde mich für den daumen hoch freuen und lasst einfach mal hier unten ein abo da würde ich auch sehr freuen bis dahin macht's gut ciao